yo leute was geht ab ich bin wieder auf dem revie server unterwegs und wir zocken jetzt eine kleine runde lockt und ihr habt leider bei euch das thema das wahrscheinlich auch im titel stehen wird und zwar waren alle spieler von revie entband zumindest sollten es alle sein ein paar worden nicht entband sagen die zumindest und ja ich war entband da ich wieder gebannt wurde nach mein ich bin entband video ich weiß es ist ein bisschen komisch aber ich wurde permanent danach band irgendwann so eine woche oder spieler und dann kommt und dann kommen auch mehrere videos wieder auf baby und wir werden nur noch gepickt aber ja das ist eigentlich das thema das heute hier ist wirklich nur ein paar und bergung spielen vielleicht alles weil ich jetzt noch gut und ja warum werden jetzt auch mehr videos auf regen kommen und wir sind jetzt nicht auf alle anderen ich habe keinen von den beiden bekommen mehr gegangen können aber den haben wir jetzt endlich mal ein kühl die schweizer haben wir auch und für die dieses interessierte spiel mit dem bei quad X2 pack ich glaube das sollte das 50k pack sein oder so auf jeden fall irgendein bei quad X pack schwitzen ja alle mega rein oh gott und das thema wieso letzte woche kein video kam und zwar ich hatte keine guten video ideen aber da letztes wochenende ja alle entband worden da hat ihr auch bei altix gesehen links in der video beschreibung wenn ich es nicht vergesse und ja ich hab doch bei ihnen vorbei ist ein etwas bekannterer redress youtuber und ja ein paar von euch werden den beständig auch kennen und ich spreche jetzt einfach mal in den tod und gehe in der bergungsrunde so sind wir schon und ich gehe jetzt mal schnell mal in ein team damit ich wieder den letzten trickspieler bekomme soll jetzt kein dis sein aber es ist so ich kriege meistens immer schlechte team jetzt bald wird auch ein bisschen mehr mit walle kommen wahrscheinlich und ja ich liebe jetzt diese lobby von guard Ross wir sehen uns wenn die runde startet so sind wir auch schon auf der med time das einzige das schade finden auf diesen server ist dass man die runde mann mann ja der wirft jetzt schon bronzer runter ist der blöd oder was wenn ich direkt wieder auslösen so leute ist auch erst ein schönes ja das so noch so kennt man es von mir ich kann nichts nichts kann ich hier also gehen jetzt einfach mal wieder ein bisschen nach oben wieso gönnen sich alle leute in bogen bogen ist ab wieso benutzt man einen bogen in diesem da sieht man es wieder so asozial ich könnte hier immer wieder auslösen nicht der muddy lol ich hoffe trotzdem dass die runde noch besser wird vielleicht gewinnt mir sogar schon also ganz nahm schon ein bisschen aufwegegeführt aber ich habe jetzt mal kein wer was geführt deswegen kommt vielleicht auch ein paar runden lock in den nächsten tagen das ist ja nicht wieder also sehr unterschießt alter auch gut wenn ich den bogen die wir und ich kann können ein schreifen lassen korrekt typisch wenn er den jetzt geht das war so ja ich hab ihn hat er verdient lol wenn wir den jetzt auch noch bekommen auch schade aber wenigstens haben wir den gold typisch verdient verdient wenn er so einen bogen abfuckt ich weiß gar nicht wo der ist dieser weizen samen juniors echt so scheiße sein name ist echt geil aber ich will einfach aus sozialen gespielt es gibt viele leute die dann sagen ja sonst spiel doch rasch aber wenn man schon so hat die schütze und ich kann halt nicht so gute videos also und das sind auch nicht so viel ja oh gott block save block save da kann man gehen das oh gott hat der das so knapp gott so hat er in der seite vorbeigefaut schilder da unten schade hat er jetzt sogar gestorben auch näher dieser asoziale spieler auf so spiel auf so spiel ja halt doch hatte ich echt zu wenig leben auch wenn ich muss das gleich noch mal ein schnitt angucken oder ist wieder dann lange zu sehen und ich freue mich auch wieder auf regeln zu spielen ist echt wieder geils gefühl weil ihr unten ist viel spannender sind und ich so naja echt so waschig wie sagt man das so schnell gehen wie auf negros west also manchmal ist negros west echt viel besser wegen diesem bronze dass man mehr blöcke bekommt ja alter wieso man man kann sich doch keine rüste mit dem spiel ich will auch mal so asozial spielen jetzt könnte er sich wieder gold wetten alter diese gold spieler die facken ich doch auch ne ja bumsien bumsien wohin dir ist hinter dir was hinter dir wohin dir nein hinter dir oh gott jetzt könnte ich wieder gold oh nein alter hier kann sich wieder am bogen so assi da ist es jetzt schon ey so mann wieso spielt mann so ha ha es hat echt sowas das ist der schlechteste das ich seit jahren gehört habot ja es war mir schön ja wahrscheinlich hab ihn eigentlich so asozial kann man noch nicht spielen lol ne ok das war es mit dieser folge ich bin klein bisschen ausgerastet ist aber nicht schlimm der rewi ist halt manchmal echt scheiße zu verlieren die leute mit fucking gold spielen und leute vielleicht spiel ich einfach warte und ich muss mal wasch das ist vielleicht besser aber ich würde sagen das war es erstmal für diese folge es ist echt geil dass die leute äh von rewi ein bahn reset gemacht haben das tut mir jetzt leid an die leute die nicht entwandt wurden wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ciao